Hallo, wir sind Laura und Jalda. Wir suchen heute auf MS Ostfriesland nach einer Quizfrage für euch. Kommt mit! Das ist die Inselbahn der Borkumer Kleinbahn. Die kennst du bestimmt auch. Ach ja, das ist die, die einen von der Fähre abholt und in den Ort bringt. Ja, genau. Aber die Borkumer Kleinbahn hat nicht nur Züge, die über Schienen fahren, sondern auch die Moritzbahn, die fährt über die Straße. Die Mitarbeiter dort stellen euch die heutige Quizfrage. Kommt mit! Wie viele Reden hat die Moritzbahn?